In Unterbach beträgt die Temperatur momentan 20 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute ist mit Regenschauern sowie einer Höchsttemperatur von 22 Grad und einer Tiefstemperatur von 12 Grad zu rechnen. In Unterbach wird dieses Wochenende am Freitag Regen erwartet. Das restliche Wochenende ist es sonnig mit Temperaturen zwischen 12 Grad und 25 Grad. Untertitelung des ZDF, 2020